Wir melden uns nach unserer Sport-Tipp-Winterpause wieder zurück und haben gleich zu Beginn des Jahres zwei Derbys für euch im Angebot. Das erste Derby findet am Freitagabend in der Handball-Oberliga der Frauen statt. Der TV Moselweiß empfängt die Gäste aus Bassenheim. Los geht es um 20.30 Uhr in der Beatushalle in Koblenz. Weiter geht es am Samstag mit Volleyball, ebenfalls in der Oberliga. Unser Verein TV Sebermed Bad Salzig empfängt die Gäste aus Germersheim. Anpfiff der Partie ist um 19.00 Uhr in der Großsporthalle in Boppard. Und weiter geht es am Sonntag mit Eishockey. Da steht das zweite Derby auf dem Plan. Die EG Dietz Limburg empfängt die Gäste aus Neuwied. Los geht es dort um 19.30 Uhr in der Eishalle in Dietz. Und zum Schluss noch unser Aktiv-Tipp. Die DSV Talent-Tage stehen auf dem Programm. Der SRC Heimbach-Weiß veranstaltet am Sonntag von 11.00 bis 16.00 Uhr die Talent-Tage. Dort können Kinder und Jugendliche Skilanglauf ausprobieren. Also kommt an den Sportplatz in der Bimsstraße nach Heimbach-Weiß und schaut euch das Ganze an. Das waren sie wieder. Unsere Sport-Tipps vom Sportbund Rheinland. Bis nächste Woche.